Viele von euch kennen wahrscheinlich diese gelbliche Brille, die vor allem bei Gamern sehr beliebt ist. Aber was bringt die eigentlich und wieso solltest du dir auch eine holen? Das hier ist eine sogenannte Blaulichtbrille. Genau wie du dich im Sommer mit Sonnencreme vor dem UV-Licht der Sonne schützen möchtest, schützt diese Brille mit speziellen Filtern vor dem Blaulicht, das von Smartphones, Tablets oder anderen Displays ausgestrahlt wird. Aber okay, was ist daran so schädlich? Blaulicht vor dem Schlafengehen sorgt dafür, dass dein Körper nicht genügend Melatonin produzieren kann. Doch weniger Melatonin könnte schwieriger einschlafen und ihr fühlt euch am nächsten Tag überhaupt nicht ausgeruht. Deswegen wirken solche Blaulichtbrillen bei längeren Gaming-Sessions, die bis spät in die Nacht gehen, wahre Wunde.